Du bestimmst die Richtung, kein anderer. Jetzt fahren wir gerade durch und auf der Wiese fahren wir dann jetzt rechts rum. Auf der Wiese, jetzt kannst du, ich treib ihn auch ein bisschen, das ist das Außenpferd, wieder auf dem, ja. Noch hier rum? Ja, das geht und dann kannst du links oder rechts, was möchtest du denn? Rechts. Rechts, ne? Die Pferde wollten, die Pferde, die Pferde, die Pferde wollten genau dasselbe, ne? Mensch, da sind wir ja harmonisch. Genau, ne? Fein. Deswegen machen wir beim Kegelfahren Nummern dran, damit ihr nicht sagt, die Pferde, ich hab das so gewollt. Wir wollten das so. So, jetzt fahren wir so durch die Bäume durch, ne? Das war eben die andere Richtung, die wir hatten. Prima. Und wir fahren auch außenrum, so, hier hinter ihm her, schön die Kurve annehmen, nicht zu hart, ne? Okay. Ganz weich, du stellst eigentlich den Radius, den du fahren willst, ein. So, und wir fahren jetzt hier durch die erste Gasse. Durch die erste, ja, jetzt musst du schon etwas enger werden. Gut, und jetzt gerade richten, nicht zu früh. Gerade, 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 und jetzt darfst du rechts, genau, ausrichten. So ist schön. Wunderbar. Gut, und jetzt fahren wir rechts rum. Rechts annehmen ein bisschen, aber nicht ziehen und außen treibe ich. Ach so. Ja, so. Genau. Und jetzt fahren wir um den Baum durch diese Gasse. Weiter, 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 um den Baum, rechts rum. Rechts rum, okay. Wir nehmen die andere Gasse, die eine ist schon besetzt. Also, äh, die zweite. Die, genau, die wir eben schon hatten. Genau, die ist schon besetzt hier. Prima. Jetzt fahren wir vor dem Fotografen nach links. So, nicht zu früh, sonst nehmen wir hier den Balken mit. So war es gut, das war aber gut. War gut so. Gleich hier wieder durch. Noch ein bisschen mehr rum? Ja, und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir rechts gleich durch die Bäume durchkommen. So, anhalten, anhalten, rechts, 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 rechts nehmen. Nee. Also, warte, bist du sicher, dass wir es schaffen? Ja, hätten wir geschafft, jetzt nicht mehr. Jetzt fahren wir weiter. Ja, gut. Fahren wir noch mal links rum. Links rum. So, und dann wechseln wir einfach mal, wenn wir durch die Bahn durch sind. Jetzt fahren wir mal links an dem Baum vorbei. Und so durch diese Bahn. Okay. Durch diese Bahn. Ja. Ja. Gut. Wir können auch so schräg durchfahren. Mach das mal. Und da? Rechts, rechts, rechts. Und wo soll ich jetzt hin? Und dann auf den Baum zu und jetzt links. Okay. Auch das geht. Prima. Wenn der Platz da ist, kann man auch schräg fahren. Okay. Und jetzt halten wir hier irgendwo an. Steh. Ich übernehme die Line und du gehst nach vorn. Danke schön. Danke. Vielen Dank.